Ach, S4, 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 schon seit Monaten verfolgt uns das. Jeder braucht es, aber keiner hat wirklich Ahnung davon. Wann läuft denn überhaupt die Wartung für die ECC aus? Geht das Ganze in die Cloud oder On-Premise? Greenfield, Brownfield, was ist der Unterschied der beiden Ansätze? Welche Vorbereitungen müssen denn getroffen werden? Auf welches Release sollen wir gehen? Wie lange ist die Downtime? Fiori, UI5, was ist da der Unterschied? Brauchen wir einen Fiori-Entwickler? Und wenn ja, was muss der denn überhaupt können? Was ist der Unterschied zwischen Fiori und emulierten Transaktionen? Wie groß sind die Veränderungen, die mit S4 kommen werden? Brauchen wir vielleicht auch noch eine Change-Management-Abteilung? Wie sieht der Einstieg in S4 aus? Läuft alles über den Browser? Gibt es da keine Sicherheitsprobleme? Und was kostet denn überhaupt das Ganze? Wie lange wird es dauern? Welche Ressourcen brauchen wir dafür intern oder auch extern? Oh man, so viele Fragen. Wenn es doch nur einen Workshop für das Ganze geben würde. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.